Für günstige und sichere FIFA-Coins checkt gerne meinen Sponsor IG-Follow-Up, den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit jeder Bestellung mit dem Rabattcode FIFAGAMING noch 8% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die ist natürlich von mir unterschrieben. Wie immer zu jeder Bestellung gratis dazugeben. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich da mit dem Kauf unterstützt. Seid die Besten. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Buy-für-Sky-Discord-Challenge auf meinem Kanal. Heute mit der 93er-Inform-Karte von Lewandowski. Ich bin mal gespannt. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, Leute. Wir wissen selber, Lewandowski wird ein Team-of-the-Season bekommen. Aber ich wollte euch mal fragen, was denkt ihr, kriegt Lewandowski für ein Team-of-the-Season-Rating? Letztes Jahr hat er ja 98, vielleicht dieses Jahr 99. Ich weiß es nicht, Leute. Wird wahrscheinlich eher nicht dazu kommen. Ich denke mal, wird wieder so 7, 98, 99. Würde ich mir zwar wünschen, hätte er auch verdient, meiner Meinung nach. Aber ich denke mal nicht, dass ihr das machen würdet. Aber wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und eskaliert mal mit den Likes, Leute. Ihr wünscht euch immer, dass wir mehr Bundesliga-Buy-für-Skys machen. Und wenn ihr das mehr sehen wollt, dann lasst ein Like da. Ich würde sagen, wenn wir die 2222 Likes packen, dann weißt ihr Bescheid, dass ihr öfters diese Bundesliga-Buy-für-Skys sehen wollt. Dann mache ich das auch gerne. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. So verpasst ihr kein Video mehr. Wir fangen an mit dem Z-DM. Ihr wisst es, wie immer, sollten wir das Spiel verlieren müssen. Es ist das gesamte Team inklusive Robert Lewandowski abschossen, sollten wir gewinnen dürfen. Das Team natürlich bald. Das hier ist unser ZOM. Es ist Navigator, 85er in Form. Ja, geht klar. Mann, Müller wäre noch gewesen. Natürlich auch nicht schlecht. Oh, Regie als Path to Glory. Ich wäre fast nur Cater gewesen. Aber, wow, es wäre nice als 88er oder 87er. Okay, wir holen also kurz. Navigator ist also der erste Spieler. Cater ist am Start der erste Spieler also dieses Teams. Und ja, wenn ihr jetzt noch Bock habt, Leute, checkt jetzt gerne meinen Shop aus. Denn noch bis morgen, Freitag, 6.4. läuft die Osteraktion in meinem Shop. Ihr wisst es, in Schwarz gibt es den hier auf 200 Stück limitiert. In Weiß auf 200 Stück limitiert. Vom Weißen gibt es noch, glaube ich, 10 Stück. Vom Schwarzen gibt es, glaube ich, nur noch 5 Stück oder so. Also nur noch ganz wenige. Falls ihr noch einen haben wollt, gerne abchecken. Bis morgen nur noch. Und bis morgen läuft auch noch die Osteraktion. Zu jeder Bestellung eines Hoodies gibt es diese beiden Sachen gratis dazu. Autogrammkarte und goldene, limitierte Nice-Taste. Wird es danach nie wieder in meinem Shop geben. Deswegen, falls ihr die noch haben wollt, nur noch bis morgen. Also schnell mal meinen Shop abchecken. Link ist oben, da beschreiben. Wie ist das? Zu jedem Hoodie dazu. Entweder hier zu den limitierten, zu den Camouflage-Hoodies in allen vier Farben oder auch zu den neuen bunten Nice-Hoodies. Und Leute, hier, zieht euch das mal rein. Extra alle für euch unterschrieben, die Autogrammkarten. Also, neue Autogrammkarten sind auch am Start. Also, wie gesagt, Link ist oben in der Beschreibung. Okay, weiter geht es. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Innenverteidiger. Let's go. Das hier ist Magpatra Halloween-Karts. Ist ja jetzt wieder gewechselt zu Betis Sevilla, glaube ich. Schade eigentlich. War eigentlich guter Verteidiger, muss man sagen. Aber mal gucken. Eine Halloween-Karte kostet 45. Nehmen wir mit. Heftige Karte eigentlich. Ist natürlich jetzt körperlich nicht gerade der stärkste und halt auch nicht der größte. Obwohl, 1,84 geht das oder eigentlich. Also, eigentlich eine ganz, echt eine ganz, ganz krasse Karte. Wir machen... Linksverteidiger. Das Ding ist, mittlerweile gibt es ja Alaba. Gibt es noch? Nein, ich weiß gerade nicht. Alaba, glaube ich. Weil damals, wir haben, keine Ahnung, das letzte Bundesliga bei für Sky. Das ist, glaube ich, auch schon bestimmt drei, vier Wochen her oder so. Damals gab es keine Linksverteidiger in der Bundesliga. Ja, jetzt gibt es also mindestens einen oder zwei, stimmt, Plattenhard gibt es ja noch. Ach ja, stimmt. Path to Glory Card von Plattenhard. Boah, Alaba, ey, der kranke Werte, muss ich schon ehrlich sagen. Hat ja echt die ganze Saison, muss man ehrlich sein, nicht so mega gut gespielt. Aber jetzt dann doch seinen verdienten In-Form bekommen. Und ja, wir holen aber Plattenhard ins Team. So, da ist der Plattenhard ist am Start und wir kommen zum ersten Mittelfeldspieler. Wir suchen ein ZDM, ZOM und natürlich ein ZM. Wir fangen mal an mit dem ZDM. Arturo Vidal wäre natürlich nice. Das wäre absolut perfekt, sondern mein Verein natürlich nicht. Auf Transfermarkt, let's go. Und das ist unser ZDM. Ich habe es gerade noch gesagt, Arturo Vidal wäre nice. Und da ist Arturo Vidal. Okay, das ist heftig. 88er Vidal in Form, ist ja auch momentan, glaube ich, verletzt. Beziehungsweise im Champions-League-Spiel hat er sich so leicht verletzt. Das ist aber, glaube ich, nichts Schlimmes. Nice, Alter. Mal schauen. 300.000 kostet der. What the fuck, ey. Ist ja absolut teuer hier. Vielleicht 353, Alter. Teure Investitionen. Aber gönnen wir uns. Zweiter Bayern-Spieler ist am Start. Arturo Vidal. Oh, nice, Mann. Okay, wir haben jetzt Dortmund, wir haben Berlin, wir haben Bayern und RB Leipzig am Start. Also vier verschiedene Vereine. Das geht klar. So, Torhüter würde ich sagen. Bayern, Special Card, Transfermarkt, Bürki und Horn sind, glaube ich, die Highest Rated. Neuer hat ja leider kein Info bekommen. Hat ja auch nicht einmal gespielt. Oh, was habe ich gemacht? Oh, ich habe vergessen, Bundesliga zu suchen. Das war natürlich nicht so optimal. Jetzt aber Bundesliga und es wird... Oh, ja, 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 Zieler. Ah, okay, Zieler war jetzt nicht der allerbeste, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber okay, wir nehmen Zieler mit. Und der nächste Verein, der fünfte Verein, ne? Dortmund, Hertha... Ja, fünfter. Der fünfte Verein aus der Bundesliga. Also wenigstens ein bisschen Abwechslung ist hier am Start. Weiter geht es mit dem zentralen Mittelfeldspieler. Diesmal suchen wir den ZM. Am Ende suchen wir dann noch den ZOM. Und das hier ist unser ZM. Oh, Batshuayi. What the fuck? Wer spielt Batshuayi? Verdammt nochmal, als Mittelfeldspieler. What the fuck, Alter? Goretzka, Thiago wären hier noch gewesen. Das sind richtige Mittelfeldspieler, Junge. Goretzka, Path to Glory ist auch absolut krank, muss man sagen. Der hat fast alles auf 80, bis auf Schießen, Mann. Ein Schusspunkt fehlt da noch. Aber der kriegt eh ein Team of the Season. Und der Team of the Season wird richtig heftige Werte haben. Okay, wir haben Batshuayi. Okay, habe ich eigentlich auf der Stürmerposition mit dem gerechnet. Aber naja, nehmen wir den ins Mittelfeld. Das sind halt die Regeln von By for Sky. Und da ist er auch schon. Michi Batshuayi, 100.000 haben wir den gezahlt. Linktier, Batra, ja, okay. Haben wir hier zwei Dortmunder am Start. Wo machen wir weiter? Innenverteidiger würde ich sagen. Ja komm, letzter Innenverteidiger haben wir das fertig. Let's go. Es wird Jonathan Tau. Damit haben wir einen guten Verteidiger. 74 Tempo. Junge Papadopoulos wäre ja fast am Start gewesen. Das ist eine richtige Hamburger Legende hier, muss man sagen. Hinteregger, ja, Naldo wäre ganz nice gewesen. Ich hätte Naldo gerne gehabt. Naldo wird auch ein heftigen Team of the Season bekommen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Aber ich habe Etat sogar im Verein. Ja genau, da ist er. Jonathan Tau. Also haben wir damit die stabile, richtig, richtig schnelle Verteidigung. 79 und 74. Also da kann, glaube ich, nicht so viel schief gehen. Okay, wir haben jetzt die ganze rechte Seite hier noch offen. Wer war denn den Stürmer zuletzt, Leute? Den will ich mal aufheben. Wir kommen erst mal zum Rechtsverteidiger. Und das wird's. Meche. Okay. Jorge Meche heißt der. Ja, Jorge. Der ist ja eigentlich ein... Oder Jorge, keine Ahnung. Ist ja eigentlich ein Innenverteidiger sonst. Aber halt jetzt eine Special-Karte. Okay, 74 Tempo. Der Innenverteidiger wäre nicht schlecht. Kimmich wäre hier gewesen. War auch nicht viel, viel schneller. Aber sie macht sich ja schon fresh gewesen, muss ich sagen. Okay. Okay, wir holen kurz Jorge Meche hier für 17.000. Und wir haben Köln-Spieler auch noch am Start. Also der siebte Verein. Oder sechste. Nee, wir haben in Leverkusen auch noch. Also der siebte, glaube ich. So, die letzten zwei Spieler. Wir suchen jetzt noch einen ZOM. Und dann natürlich vorne, ganz klare Sache, den Stürmer. Unser ZOM wird dieser Kollege. Es ist Müller. Oh, nicht schlecht. Okay. Müller ist nice. Ach, Rames wäre geiler gewesen, Mann. Rames wants to watch. 88er-Rate-Hit. Aber Müller ist auch in Ordnung. Mal schauen. 100.000. Ganz schön gut verloren, ne? Mal schauen, vielleicht kriegen wir doch noch ein bisschen günstiger hier den guten Thomas Müller. 195. What the fuck? Warte mal. Wir suchen hier schnell. Im Mittelfeld. Nee, billiger kriegen wir den nicht. 137.000, Alter. Kranker Scheiß. Äh, naja. Egal. Kann man nichts machen. Müssen wir uns hier gönnen. Und der dritte Bayern-Spieler ist am Start. Oder? Dritte? Äh, ja. Vidal. Müller und Robert Lewandowski. Willkommen zum letzten Spieler dieses Teams. Ich muss sagen, ich bin eigentlich bis dahin ganz zufrieden mit unserem Team. Äh, so. Letzter Spieler, wenn der jetzt noch gut wird, kommt Timo Werner, wäre jetzt nice. Butchwey können wir nicht bekommen. Den haben wir schon als ZM. Ja, Timo Werner wäre echt perfekt, ne? Ab geht's. Kramaric. Oh, Kramaric ist auch nice. Der, ey, der hat heftige Werte, Mann, hier. Der 86er. Also von daher eigentlich ganz fresh. Kostic wäre auch in Ordnung gewesen. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden mit Kramaric. Und wir haben auch noch keinen Hoffenheimer am Start. Also von daher ist hier auch nochmal... Wir haben echt einen guten Mix hier heute, muss man sagen. Wir haben ja damals, wie gesagt, das letzte Mal, wo wir es gemacht hatten, Bundesliga bei Fürs Sky. Da war es ganz kurios. Da hatten wir einfach von elf Spielern, waren, glaube ich, sechs Bayern-Spieler am Start. Und jetzt haben wir echt einen guten Mix, Mann. Richtig viele verschiedene Vereine am Start. Das ist unser Team, Leute. Bestimmt so knapp zwei Millionen Münzen wert. Also es geht um einiges. Wir dürfen nicht verlieren, Leute. Wir starten ins Spiel. Ab geht's. So, ab geht's. Das ist unser Gegner. Die Jungs sind zu zweit. Es ist gerade ein Gast hinzugetreten. Und das ist deren Team. Okay, volles Premier League Team. Ihr kennt es immer. Wie ich es immer sage, Leute. Entweder man ist zu zweit komplett heftig und man nimmt den anderen halt auseinander, weil man ja einen Spieler mehr hat, sozusagen. Oder man ist halt komplett scheiße zu zweit. Das ist halt immer so... Ich habe noch nie so einen mittelmäßigen Gegner gehabt, wenn die zu zweit waren. Ach komm jetzt. Ich dachte schon, es bricht ab, Mann. Okay, ab geht's, Leute. Wird, glaube ich, interessant. Da geht's schon wieder los. Da geht's schon wieder los. Die Jungs haben ein komplett schlechtes Defensivspiel. Boah, was war das für ein Schuss, Alter. Der Pass von Keita war mega krank. Aber da hätte ich noch ein bisschen Männer hinziehen müssen. Was machen die denn? Das ist doch ja scheißernst. Guck mal hier, wir sweaten den mal. Aber wir machen die jetzt nicht direkt, weil das wäre ein bisschen zu langweilig. Ja, da wollte ich zu viel. Leute, wie ich es schon gesagt hatte, die Jungs... Ich will jetzt zu viele Kombis rausspielen. Ich hätte schon einfach drei Tore machen können, ne? Aber das merkt man schon. Die Jungs sind wieder zu zweit und sind nicht gerade die Besten. Oh mein Gott. Oh, na. Das war kein Abseits. Ich schwöre, das war kein Abseits. Vidal war doch nicht im Abseits. Lewandowski vielleicht, aber noch nicht Vidal, oder? Hä, das müssen wir nochmal anschauen. Ich schwöre, Vidal ist doch reingelaufen. Der kann ja nicht im Abseits gewesen sein. Und was macht ihr denn, Jungs? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt reicht's doch mal irgendwann. 1 zu 0, Mann. Kramaric, komm, Junge. Kramaric. Kramaric mit dem Lupfer. 2 zu 0. Schönes Ding, ey. Man muss genau... Diese Lupfer sind eigentlich absolut heftig. In FIFA 18. Man muss die halt nur im richtigen Moment perfekt getimed einsetzen. Dann sind die eigentlich nicht zu halten. In so Situationen ist das einfach perfekt, Mann. Wenn man hier genau, zack, im richtigen Moment, wo der Tor drunter geht... Die sind unhaltbar, die Dinger, ey. Richtig nice. Kramaric, Doppelpack. Lewandowski zieht durch, Junge. Lewandowski muss natürlich auch noch ein Tor machen. Lewandowski muss auch noch ein Tor machen. Und das ist 3 zu 0. Mal schauen, mal Start drücken für die Jungs. Vielleicht brechen sie ab. Komm, wir versuchen es mal einfach direkt, Mann. Das sind 29 Meter. Das ist eigentlich für Lewandowski... Was war das für ein Freistoß? Ich hab doch fast durchgedrückt. Der schießt dann fast flach. Lewandowski, Lewandowski, Lupfer, jawohl. Perfekt, 4 zu 0. Ich sag's euch, die Lupfer sind heftig. Wenn man die richtig einsetzt. Lewandowski kann sowas. Schönes Ding hier. Zack, einmal kurz angetippt. Und das war's dann, denke ich mal, auch hier. Das könnte ein Tor werden. Das ist ein Tor. 4 zu 1. Ehrentreffer. Sei den Jungs gegönnt, Mann. Ich feier die Jungs. Die sind korrekt drauf. Lewandowski, jawohl. Wir müssen jetzt hier nochmal... Ey, shit. Komm, Lewandowski, ist doch... Kramaric! Wie kann er den vorbeiköpfen? Ey, das war 3 Meter vorm Tor, Mann. Ey, den kommt man gar nicht vorbeiköpfen. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch. Der hebt das abseits auf. Der hebt das abseits auf. Und Lewandowski mit dem 5 zu 1. Das war's dann jetzt aber. Sein Spiel, die liegen da die ganze Zeit am 16. auf dem Boden, ey. Was war da los? Und das war's, Leute. Lewandowski mit 3 Toren. Spieler des Spiels. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Was denkt ihr? Kriegt Lewandowski für ein Team of the Season Rating? Checkt jetzt noch, wie gesagt, gerne meinen Shop aus. Bis morgen, Freitag zum 6.4. läuft noch die Osteraktion. Die limitierten Hoodies in schwarz auf 200 Stück. In weiß auf 200 Stück limitiert. Vom weißen gibt's noch 10 Stück. Vom schwarzen noch 5 Stück oder irgendwie sowas. Also nur noch ganz wenige. Behalbt euch, falls ihr noch einen haben wollt. Und zu jeder Bestellung gibt es diese beiden Sachen auch noch gratis dazu. Autogrammkarte und goldene Nice-Tasse, die es nach dem 6.4. nie wieder geben wird. Deswegen, wenn ihr noch einen haben wollt, behaltet euch. Seid schnell. Link ist oben in der Videobeschreibung. Wie gesagt, zu jedem Hoodie dazu. Entweder zu den limitierten, zu den Camouflage-Hoodies in allen 4 Farben. Oder auch hier zu den neuen bunten Nice-Hoodies, Leute. Ihr wisst Bescheid. Extra alle Autogrammkarten hier für euch unterschrieben. Also gerne abchecken. Macht's gut. Haut da rein. Bis morgen und ciao.